Ich komme aus Kremis, wohne in Lyon, spiele seit 16 Jahren Handball und ja, ich habe ein Problem, ich spiele zu viel FIFA, ich spiele jeden Tag 5-6 Stunden und ja, so, okay, das war's jetzt nicht, danke. Ja, danke, mag sonst noch jemand irgendwas erzählen? Ich erzähle euch von meinem Heimatland, wie dort das Lämm ist und wie alles begann, damals noch jung und viel Kriminalität gesehen, so bin ich aufgewachsen in so einer Ghetto-Gegend. Acht Uhr abends, wieder mal der Strom weg und die Politiker kümmerten sich, ein Scheißdreck, das sind die Fakten, das ist meine Heimat, Rauschgift und Überfälle, das ist dort Standard. Straßenkriege, Hungerlohn, Drogentransfer, arme Leute, Obdachlose und vieles mehr, so geht es vielen Menschen dort, sie haben keine Wahl, also Waffe in die Hand oder ein Leben voller Qual. In der Öffentlichkeit wird darüber nie gesprochen, dass sogar Jugendliche gefangen sind von Drogen. Ich schaue zum Himmel drauf und frage mich, ob das Schicksal war, doch danke Mama, ohne Tichet, ich ist nie geschafft. Ich erzähle euch von meiner Republik, lass mich ausreden, ich will raus damit, ich will euch mitteilen, wie ich aufgewachsen bin, damals noch jung und gefangen in ein Labyrinth. Dank meiner Mutter hab ich es geschafft, Sport mein Zeuge, denn er hat mir was beigebracht. Du hast die Wahl, mach was aus deinem Leben, steh auf und kämpf, es gibt keine Ausreden. Fall 2 kommt, jetzt wird die Sache mies, ich warst uns einen Typ, wie er, wenn er schießt, ich war ein Kind und hab es live mitgesehen, ich hatte Angst und konnte das Geschehen nicht verstehen. Bei uns im Viertel gibt es sowas ständig, Mordschüsserei ist bei uns selbstverständlich, Jungs, die ich kannte, haben die schlechte Bahn genommen, entweder sind sie alle tot oder verticken Drogen. Mann, so eine Scheiße, verdammt, das Leben war schon hart, deshalb danke ich Gott und meine Mutter jeden Tag, glaub mir, was ich rede, ist nicht erfunden. Senor Wolf, vergib mir meine Sünden, das Leben zieht dich auf die Knie und bestraft dich, doch du hast selbst die Wahl, ob du aufgibst, du kannst es schaffen, steh wieder auf, glaub daran, dann schaffst du das auch. Ich erzähle euch von meiner Republik, lass mich ausreden, ich will raus damit, ich will euch mitteilen, wie ich aufgewachsen bin, damals noch jung und gefangen in ein Labyrinth. Dank meiner Mutter hab ich es geschafft, Sport mein Zeuge, denn er hat mir was beigebracht. Du hast die Wahl, mach was aus deinem Leben, du hast die Wahl, mach was aus deinem Leben, steh auf und kämpf, es gibt keine Ausreden. Ich erzähle euch von meiner Republik, lass mich ausreden, ich will raus damit, ich will euch mitteilen, wie ich aufgewachsen bin, damals noch jung und gefangen in ein Labyrinth. Dank meiner Mutter hab ich es geschafft, Sport mein Zeuge, denn er hat mir was beigebracht. Du hast die Wahl, mach was aus deinem Leben, steh auf und kämpf, es gibt keine Ausreden. Applaus 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 Applaus